Mama, kann ich diese Gurke haben? Äh, wo hast du die denn her? Ich hab die in eurem Bett gefunden. Kann ich die haben? Äh, nein Schatz, Mami, braucht die für einen Salat? Mami, die riecht nach Fisch. Ich glaube, die ist gar nicht mehr gut. Du kannst sie mir geben. Ich werf sie weg. Nee, ist schon okay, Mama. Ich hab hier selber einen Mülleimer. Ich kann die selber wegschmeißen. Nein, nein, gib sie her. Aber Mami, ich hab doch hier den... Jetzt! Okay.